ja voll gut alter ist das cool mit den leuten ja man das war echt hart ich habe jetzt schon 25.000 wieder sie hat nur 13.000 wie viele hattest du denn ich bin gestiegen 170 ich bin premium user vorher 13.000 oder so was geht in der art okay wo waren wir lang diese repariert sind das immer die mit die so komisch krabbeln da ich glaube nicht dass man rechts waren wieder ja das ist ja so standard weg gewesen die sehen voll hässlich aus in irgendeinen film erinnern die mich wild west oder so war das ja das könnte sein smg tank spottet smg tank spottet das war hier so die todesecke da unten kommt noch einer die halten so derbe viel aus das ist nicht normal wow da ist ein sniper vor sich ja der ist 38 what ah cool ich werde reparieren wie geil ja mann oben sind die sniper ey die reparieren sich auch gegenseitig richtig nervig ja normal ja dann schießen einfach nur hin und her macht nicht genügend schaden ja ich treffe auf die entfernung auch ganz gut ja locker bin ich gesagt voll gut oder mit einzel schuss voll gut ey ja lass mal weiter fahren alter ja lass mal uah ich werde zerfickt jo ich werde geheilt hehehehe ja wir haben hier 29 ok weiter 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 ja 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 komm alle mit ja hey das ist voll cool ey weil das teamplay ist da viel geiler durch ja aber die machen auch wirklich ihren job aber ich glaube die können ja nicht schießen oder ja ich denke auch weil die ersetzen wahrscheinlich die normalen Waffen ja ja genau du kannst ja nur eine Waffe haben irgendwie das war ja so das Ding ja ich bin so langsam warum sind trotzdem bei uns fast alle down ich fahr zum Capture und ich hab hier nen Healer mit ja ich bin direkt hinter dir nur ich komm nicht hinterher links müsste einer sein gleich bei dir Jens zwei sogar da hast du die haben auch nen Healer mhm den weg da ich bin kaum zu retten kommt der der da 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 hier drei Stunden nein mein Healer ist down ich hab den Healer gleich down scheiße ich werd grad platt gewaschen oh nein schade gehen wir mal auf einen von euch ficken die sich gegenseitig oder was oh Gott da kommt auch einer Oh, die sind nur noch zu zweit! Oh Gott, Alter, der repariert sich! Ja, sehr gut, ey. Sehr gut. Oh, scheiße. Das sieht ja straight, ey. What the fuck? Ich werd gefickt, ich werd gefickt, ich werd gefickt! Oh, ist das ein Ossi, ey. Egal, haben die aber gut gemacht, ey. War ne gute Runde. Ja, das wär echt geil. Das bringt richtig, richtig Laune, ey. Voll gut, Alter. Hätte ich nicht gedacht, das hatte vorher schon so diesen Scheiß-Suchtfaktor, ne? Ja, und jetzt noch mehr, Alter. Also das scheint, dass diese Heiler irgendwie, wenn sie auf dich zielen, dich heilen und wenn sie auf andere zielen, so ein bisschen Schaden machen, weißt du? Ja. Diesen Dauerschaden. Voll gut, ey. Ey, obwohl, ne, ich muss erst ein Level aufsteigen und so, dann kann man weiter. Ich bin grad so ein bisschen traurig, mein Bier ist gleich leer. Was hat er gesagt? Bring mir was vorbei. Warum bist du so weit weggezogen? Du kannst bei mir in den Keller einziehen, dann brauchst du auch keine Miete bezahlen. In der, du kannst bei mir in der Waschmaschine wohnen. Nein, bei mir im Keller ist mehr Platz. Es geht nur darum, da musst du immer nur Bier dabei haben. Da ist die Waschmaschine, kann er waschen oder so. Das ist die Waschmaschine. Joni! Alter, es geht voran! Ah ne, wir hatten eben 17%! Vergiss das! Lass mal wieder rechts fahren. Ja, okay. Ah, ich muss schneller werden, ey. Musst beide schneller werden, verdammte Scheiße nochmal. Aber hier kommen immer die ganzen Sniper auch durch, ey. Ja, das ist so ein Standardweg, aber weil wir beide als Sniper waren. Haben wir nen Heiler dabei? Ne, ne? Ne. Wir beide sind alleine. Ey, ich bin auch weiter hinten. Der Torbosfroschkotte auch. Der Torbosfroschkotte auch. Der Torbosfroschkotte auch. Wie slidest du denn da lang? Das sieht ja so sneaky aus. Ja, ich versuch hier grad runterzufallen. Wahrscheinlich das Beste. Nein! Fick sie weg! Oh Gott, verdammt! Ey, das ist euch mal ja am Kopf, der Kack, ey. Ey, du, ich hab's mal weiter hinten. Verdammt! Nur weil ich hingefallen bin, Alter. Oh nein! Ich werd hier richtig... Alter, vor mir sind vier Leute. Drei. Vier jetzt. Hä, der Heiler... Achso, hier ist einer, der hat schon nen Rage. Ich werd vom Sniper weggenutzt. Ey, man kann auch nur mit Zweiketten hinfahren. Das ist ja praktisch. Guck mal, da haben wir unseren Sill lockt. On Tour. Ja, das war ja kack, ey. Nur weil ich hingefallen bin. So kack, ey. Ja, nice. Mit den Dingern hast du dich schon ein bisschen eingeschossen. Ja, das hält sich ehrlich gesagt schon ein bisschen gerade. Das Ding ist, ich werd hier hart von der Seite, von allen Seiten lenken. Boah, Alter. Ne, dann wollen wir mal Waldfäden. Man kann nicht lenken, wenn man diese Dinge hat. Okay. Ich versteck mich einfach irgendwie so. Nein, nein. Ach, du lebst auch noch? Ja. Das war aber knapp, oder was? Ich bin der, der auf der einen Kette fährt. Ich kann dich lenken. Das sieht aber sexy aus. Boah, Alter. Oh, ich bin weg. Oh nein, oh nein. Ja, das war's. Ich hau ab. Alter, der hält aber ganz schön viel aus. Das geht bei dir ab. Die halten richtig viel aus inzwischen, ne? Ja, ne Joni mal nicht. Ach so. Ja, ich bin voll der Panzer. Ich flieg mal nach dem Game, weil dann... Ich guck mal, was ich schon mal aufwerten kann wieder. Krasser Scheiß. Ich dachte, ich flieg jetzt in die Höhe, weil ich hab unter meinem Sitz so ein Heliumteil. Ich hab 200 drunter, aber es klappt irgendwie auch nicht. Guck mal, ob ich mir noch ne Waffe hol. Habt ihr mal diesen kleinen Raser gesehen hier? Diesen Sascha? Ja, ich guck den auch ganz so richtig gleich. Der sieht ja witzig aus. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ich hol mir einfach auf die Cubes weiter. Auf die Cubes? Äh, Tier 5 will... Hä, was ist das Tier 5? Die anderen waren doch wahrscheinlich zu teuer. Der gefickt, ey. Ja, aber die anderen kosten wahrscheinlich zu viel. Ja, ich muss irgendwas abbauen, damit ich ähm... ...schneller werde. Ah, warte mal, ich benutze hier 5. Hab aber die 6er schon freigeschaltet. Okay, wie viel kostet denn so ein 6er? Oh, ich hab T7-Launcher. Alter, 1020 kostet so ein 6er. Geht. 1000 was? 1020. Ist doch nicht viel oder was? Ich werd erstmal alles mit den 6ern, glaub ich, zumachen. T6er oder was? Ne, ne, 5er sind das. T5er? Ja. Meinst du jetzt die Waffen oder die Cubes? Ne, die Cubes. Wollen wir erstmal 15 und dann mal gucken. Achso, ich hab nämlich T7 noch. Dann mal gucken, ja eben. Dann mal gucken, wie weit ich hier komme. Ich setz jetzt mal wieder auf Leifen. Ah, ich muss irgendwas abbauen, damit ich mir... Wo findet man denn nochmal diese... Ach, schon gut. Was? Was? Oh nein, jetzt hab ich mein Schild abgebaut. Oh, verdammte. Verdammte Axt. Verdammt. Ja, ich bau jetzt auch ein Schild ab. Mal gucken, ob das besser ist. Den auch nicht. Was ist denn der? Ja. Okay. Also die Ketten find ich an sich nicht verkehrt, muss ich ehrlich zugeben. Aber die find ich total geil. Das ist so langsam. Ich werd jetzt mal testen. Ja. Ich fragte das Mode, ob ich jetzt mit Reifen schneller bin oder ob es der Taten gibt was. Weil ich jetzt 10 verschiedene Ketten oder so drin hab. Das war alles ein Stück drin. Was? Was? Juni fährt mit Stützrädern ey. Ja, die hab ich jetzt reingebaut. Das ist bei ihm ja auch nicht unbedingt verkehrt. Ich bin da voll auf seiner Seite, wenn er mit Stützrädern fahren will. Ja, auf jeden Fall. Der fährt jetzt die ganze Zeit nach links. Irgendwas hab ich falsch gebaut. Wer hätt's gedacht. Müssen wir nochmal ins Platoon einladen? Wir sind doch eigentlich zusammen, oder? Ja, wir sind zusammen. Ich bin im Kärtusmord gerade. Weil ich... Wenn ich starte, steht da nicht waiting for your Platoon. Achso, das ist nur für 2 von 3, ne? Mhm. Guten Morgen. Das geht früh, aber auch nicht. Ich muss die Ketten wieder ranbauen. Ja. Man kann erst ab einem gewissen Tier dieser Medic werden, der Medic werden. Okay. Ey, das ist richtig gut, ey. Ja. Ja. Gib mal nen Beat. Oh nein, jetzt war ich zu schnell, glaub ich. Doch nicht. Sag ich öfter. Ja, Krischi. Was ist das? Jetzt war ich zu schnell. Jetzt hab ich aber wenigstens komplett die T5-Blocke. Einer fehlt, verdammt. Ich find die Farbe ja so hässlich von diesen T5-Teilen, ne? Ja, scheiß auf die Farbe, ey. Oh mein Gott, du bist wie Juni mit seinen... Hey, ich muss mir noch was zu anziehen kaufen bei Daisy, Alter. Das ist voll schlimm mit Juni da. Bei mir geht das noch. Aber die Cubes sind halt einfach hässlich. Ja, die sind hässlich. Die unterstreichen so ein bisschen deine feminine Seite, das ist schon okay so. Aber man kann's auch übertreiben, Junge. Ja, das sowieso, aber... Das ist doch jetzt egal, oder? So, warte. Ich baue den Scheiß hier nochmal zu. Ich hab grad fast mein Bier ausgekippt, weil ich dachte, das wär die halbleere Dose. Ey, oh Gott. Dann gibst du die halbleere Dose aus. Außerdem halb voll, ne? Ne, ich dachte... Ne, ich dachte, ja brauchst du ein leicht anpacken, dann war das aber das volle Bier und dann kippt die die schon grade. Du meintest, die hatte Schräglage. Ja. Oder ich hab Schräglage, keine Ahnung. Oder ihr beide, und das war eigentlich alles grade. Oh, oder beide so ein Hackteam. Wollen wir da rechts mal lang irgendwie? Ja. So viel bringt das jetzt auch nicht mit dem Guest. Dafür fährt man... Mich würde das mal interessieren, wie man auf Eis gleich fährt mit den Ketten. Ob man da auch rutscht oder ganz smooth durch die rüberkommt. Fesch. Fesch. Knorke. Fesch ist fescher als Knorke Knorke. Naja. Oh und sie haben einen Kriegner. Kommt der hinterher, ja ne. Ja der fällt da aber grad runter, also von daher wahrscheinlich nicht so die gedroht. Von vorne kommt gleich einer. mhm Schizzix Ja, Attacke, Alter WTF Ja, sauber Haben wir denn keinen Healer? Ach, Healer, ey Oh, da ist irgendwie hinter uns, oder nicht? Schwull down Doch, da ist einer Bei Yoni Yoni ist keiner Ja, Alter, warum sagst du denn nix? Junge Hä, hier fliegt einer rum, oder? Ja, hier fliegt einer rum, oder? Ja, der ist jetzt wieder da hinten Ok, ist das er weg? Ja, der ist da oben noch, der ist da oben Ja, dann, das kennt schon So ein Rail Tank ist kacke Oh nein Was ist los? Auf jeden Fall Ein Rail Tank? Wow Jawoll Nein, Mann Nein, Mann Oh, ich werd hier gleich zerfickt von diesen SMGs, oder so Ja Ich bin hinter dir Ich hab ihm so ein bisschen was abgeschossen, dass er nicht richtig fliegen kann Mhm Oh, der sind zwei Sniper, Alter, für die, die passen auf, dass nicht gecaptured wird Da oben steht Nein, sei nicht Äh, ich hab so'n Ausruf bezeichnet Ich hab ein rotes Ausruf bezeichnet Was heißt das? Kann auch unmöglich so weit sein Der ist weg da oben Ja Ja Okay, ich kämpfe noch nicht Ja, Mann Da ist jetzt noch einer Oh, yo Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Boah, ist ID Da kommen zwei noch, zwei kommen Boah, ich krieg hier nur Assisten, oder was? Was für ne Frechheit Ja Jo, beide gleichzeitig genutzt Ey, wie sauber Ja, ey, gut Läuft doch Ja, Mann Nimmt eigentlich irgendwer auf? Ja, Mann Krasser Typ Selbstverständlich Alter Ich hab Scout und drei Kills, ey Scout und drei Kills Ich hab vier Assists Krass wahrscheinlich Okay, komm, lass gleich den nächsten machen Ich hab geme den Oh, wie auch Wo happen la王 Tja Ich sightsee Not mich Nein Sch ich die